Die Realität ist auch, dass unsere Schülerinnen und Schüler schon weit weg sind von Kirche. Wir haben einen kleinen Teil, die noch engagiert sind. Die erreichen wir sicherlich auch, aber es ist einfach schwierig, zum Beispiel im Gymnasium, in der Kurstufe von einer Ecclesia Semperim Formanda zu sprechen und diese nicht zu erleben. Da können wir auch als Lehrerinnen und Lehrer, da kommen wir an Grenzen und Stoßen auf Mauern, weil es einfach nicht mehr überzeugt. Und da hoffe ich, dass hier ich mich einbringen kann, dass Themen Homosexualität, Frauen in der Kirche, ökumenische Offenheit, dass ich das einbringen kann und dass wir hoffentlich zu Veränderungen kommen.